Innerhalb der hessischen AfD gibt es keineswegs eine Brandmauer zu extremen Rechten. Und es ist entlarvend, dass Lambrou im besagten Sommerinterview mit dem hessischen Rundfunk diese Aufgabe dem Flügel zuspricht. Nachdem wir im zweiten Teil einen Blick auf die Protagonisten und Sympathisanten des Flügels in führenden Positionen der AfD Hessen geworfen haben, wollen wir uns diesmal das häufig bemühte Bild von einer zweigeteilten AfD genauer ansehen. Wir wollen von dir wissen, gibt es in Hessen Differenzen zwischen den im Flügel organisierten und anderen Strömungen der AfD? Nein, zwar artikulieren sich einige Flügelvertreterinnen besonders radikal, doch das trifft auch in Hessen auf Nichtflügelmitglieder zu. Die zentrale ideologische Schnittmenge in der AfD ist ein völkischer, rassistischer und autoritärer Nationalismus. Und auch hier unterscheiden sich die Strömungen nur in ihrer Wortwahl. Das wird schon daran deutlich, dass es innerhalb dieses ideologischen Rahmens keinerlei inhaltliche Abgrenzung seitens der selbsternannten Bürgerlichen gibt. Auch das Gutachten des Verfassungsschutzes zur AfD vom Januar 2019 hat auf vielen hundert Seiten quasi in Form einer Gesamtschau dargelegt, dass in der ganzen Partei ein Muster von extrem rechter Propaganda und Agitation zu finden ist. Auch zahlreiche Mitglieder aus Hessen wurden dort genannt. Das waren keineswegs nur Flügelmitglieder oder Personen wie der besonders auffallende Carsten Herle aus Heusenstamm. Auch die junge Alternative Hessen fand dort mehr als ein Dutzendmal Erwähnung, unter anderem aufgrund ihrer NPD-Diktion von Passdeutschen oder ihrer Rede im Stile der Identitären Bewegung von Remigration und Umvolkung. Herausgestochen hat besonders der Bundestagsabgeordnete aus dem Landkreis Waldeck-Frankenberg und damalige Landesvorsitzende der jungen Alternative Hessen, Jan Nolte. Nolte wurde im Jahr 2019 bundesweit bekannt, da der von ihm als Bundestagsreferent eingestellte Maximilian T. unter Verdacht stand, den wegen Planung einer staatsgefährdenden Straftat Angeklagten Franco A. unterstützt zu haben. Auch der Landesverband der AfD wurde wegen verschiedener Facebook-Postings erwähnt. Unter anderem sah der Verfassungsschutz in der Rhetorik des Landesverbandes, wie es heißt, Umfolgungsszenarien sowie, Zitat, die Herabwürdigung von Menschen aufgrund ihrer Herkunft bzw. Religion. Am 23.08.2018 teilte und kommentierte der AfD-Landesverband Hessen ein Video, das den Grenzübertritt von Flüchtlingen in der spanischen Exklave Ceuta zeigte. Hierzu das Gutachten des Bundesamtes für Verfassungsschutz von Januar 2019. Die Ausführungen sind geeignet, politische oder gesellschaftliche Benachteiligungen von kulturell fremden Menschen mit dem Motiv einer Kulturbewahrung zu legitimieren. Die Herabwürdigung von Menschen aufgrund ihrer Herkunft bzw. Religion und ihre bewusste Exklusion stehen im Widerspruch zur Menschenwürde und zum Gleichbehandlungsgrundsatz des Artikels 3 Absatz 1 Grundgesetz. In den genannten Aussagen finden sich folglich erste tatsächliche Anhaltspunkte dafür, dass einige Organisationseinheiten der Partei ein ethnisch-biologisch bzw. ethnisch-kulturell begründetes Volksverständnis propagieren, dessen exkludierende Wirkung gegen die Menschenwürde-Garantie des Artikel 1 Absatz 1 Grundgesetzes verstößt. Des Weiteren verweist das Gutachten auf einen Post des Bundesverbandes Hessen vom 08.11.2018, in dem dieser sich zu den gestiegenen Geflüchtetenzahlen von Herbst 2015 äußert. Das Bundesamt sieht in diesem Post einen weiteren Beleg für einen systematischen Angriff auf die Menschenwürde. In der Bewertung heißt es, Aus der undifferenzierten Negativdarstellung kulturfremder Migranten und Flüchtlinge leiten die Organisationseinheiten der AfD ab, dass diese grundsätzlich nicht in die hiesige Gesellschaft integrierbar seien. Sie stellen diese als von Natur aus kriminell, aggressiv und triebgesteuert dar, werten sie also als Gruppe ab und stellen damit ihre Menschenwürde in Frage. Wie stellt sich denn die Parteiführung in Hessen dazu? Die Landesvorsitzenden Robert Lampeau und Klaus Herrmann halten die Reihen weitgehend geschlossen. In seinen ersten vier Jahren war der Hessische Landesverband von offen ausgetragenen Richtungskämpfen und persönlichen Machtkämpfen geprägt. Dies änderte sich im Dezember 2017 mit der Wahl von Lampeau und Herrmann als Landesspitze. Ihre damalige Losung war die Geschlossenheit des Landesverbandes. Das ist ihnen tatsächlich auch gelungen, indem sie sich bei kritischen Presse-Nachfragen zum Verhalten ihrer Mitglieder mit wenigen Ausnahmen immer schützend vor ihre Parteikameraden stellten. Das zeigte sich besonders deutlich im Nichtverhalten gegenüber führenden Vertretern der Jungen Alternative Hessen. Bereits im Jahr 2017 hatte das hessische Innenministerium von Zitat »Personenüberschneidungen zwischen rechtsextremistischen Gruppierungen und der Jungen Alternative in Hessen«, Zitat Ende gesprochen. Seit 2019 beobachtet der Verfassungsschutz die junge Alternative auch in Hessen. Konsequenz hatte dies nie. Dass sich der Landesverband bisher von seinen Flügelmitgliedern nicht getrennt hatte, dürfte sowohl an diesen ideologischen Gemeinsamkeiten liegen, als auch an der Macht, die der Flügel bundesweit hat, noch im Juli 2019 betonte Lambrou gegenüber der hessenschau »Der Flügel gehöre zur AfD«. »Der Flügel gehört zur Partei«. Aber es wurden doch auch Ausschlussverfahren eingeleitet. Das waren Einzelfälle, bei denen es kein Halten mehr gab, aufgrund der breit medial rezipierten rassistischen Aussagen bezügend zum Nationalsozialismus oder der Verharmlosung der Verbrechen des Nationalsozialismus. Da konnte man letztendlich gar nicht anders. Es gibt innerhalb der AfD diese Strömung der Unversöhnlichen. Das sind Personen wie Carsten Herle, Stefan Repple oder Doris Sein-Wittgenstein, die sich offen rechtsradikal ohne jegliches Geschick und Mimikrie äußern. Und damit sogar die Selbstverharmlosungsstrategie von Teilen des Flügels unterlaufen. Daher hält nicht mal der Flügel die Hand über solche Personen. Dementsprechend wurden auch hier Parteiausschlussverfahren vollzogen oder eingeleitet. Letztlich konnte man diese Fälle auch in Hessen als Feigenblätter nutzen, um sich als bürgerlich-konservativ zu gerieren. Gerade Lambrou hat dies in Hessen immer wieder, zum Teil ohne kritisch hinterfragt zu werden, in Interviews vorgenommen. Doch den Konflikt mit dem Flügel vermied das Duo Lambrou und Hermann stets. Man kann sogar sagen, sie gaben den prominenten Vertretern wie Andreas Lichert immer wieder Rückendeckung, indem sie beispielsweise verlautbarten, Lichert und andere stünden auf dem Boden der freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Die Strategie der Landesspitze ging bisher auf. Die Mehrheit der hessischen Flügelmitglieder vermied trotz klarer Bekenntnisse zu Höcke und Co. die Konfrontation mit der Landesspitze und bekundete als Reaktion auf die von Jörg Meuthen ins Spiegel brachte Spaltung der Partei den Willen zur Einheit. Denn sie alle wissen, sie können auf die Rückendeckung der Landesspitze bauen und weiter politisch wirken wie zuvor. Das weiß auch ein Andreas Lichert, der als Reaktion auf den Beschluss des Bundesvorstandes zur Auflösung des Flügels über den Flügel sagte, Zitat Diese Leute, diese Gedanken und die politischen Schlüsse daraus, die bleiben ja in der Partei und das ist das Wichtigste. Zitat Ende. Der Flügel hat die Aufgabe, die Partei die Tür nach rechtsaußen zu schließen. Innerhalb der hessischen AfD gibt es keineswegs eine Brandmauer zu extremen Rechten. Und es ist entlarvend, dass Lambrou im besagten Sommerinterview mit dem hessischen Rundfunk diese Aufgabe dem Flügel zuspricht. Er unterscheidet sich hierbei nur unwesentlich von Alexander Gauland, der ja Höcke als die Mitte der Partei bezeichnet hatte. Danke, Sascha. Im letzten Teil werfen wir einen Blick auf die AfD im Wiesbadener Rathaus. Um es nicht zu verpassen, abonniert uns bei YouTube und folgt uns bei Facebook und Twitter. Oder besucht uns auf unserer Homepage momentmal.org. Dort könnt ihr auch unseren Newsletter abonnieren. Die Links findet ihr in der Beschreibung. Danke fürs Zuschauen. Danke fürs Zuschauen. Danke fürs Zuschauen. Danke fürs Zuschauen.